Guten Tag, mein Name ist Thomas Knigge von Franklin Templeton Investments. Ich möchte Sie herzlich einladen zu meinem Workshop mit dem Thema Überleben in der Zinswüste. Ich hoffe, Sie kennen das Wort Zinsen noch. Die gab es früher mal, wenn Sie das Geld dem Staat Ihrer Bank bzw. Sparkasse oder einem Unternehmen geliehen haben. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein, vielleicht aber doch nicht ganz. Dafür benötigen Sie allerdings einen Blick über den Tellerrand und den möchte ich mit Ihnen wagen und Ihnen zeigen, wie man profitabel verzinslich anlegen kann, wenn man ein paar Grundsätze befolgt. All das möchte ich Ihnen zeigen und freue mich auf Ihre Teilnahme beim Workshop Überleben in der Zinswüste. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.